So wie alle Menschen gleich sind, ist die Lebenszeit aller Menschen gleichermaßen kostbar. Wird die Wichtigkeit eines Berufes wirklich nur durch seine finanzielle Bewertung bestimmt? Doch während die einen von Job zu Job hassten, um ihr Existenzminimum zu finanzieren, gibt es nur wenige, die als Gipfelstürmer, als kreative Träumer, als sozial sorgende oder lebenslange Lernende für ihr Auskommen gesorgt haben. BGE ist in der heutigen Zeit die einzige Möglichkeit, zwischen allen Menschen in Deutschland zu einem fairen Ausgleich zu kommen. Das BGE gibt den Menschen die Würde zurück, die der Niedriglohnsektor und Hartz IV ihnen genommen hat. Das BGE ist das ultimative Emanzipationswerkzeug. Endlich haben Arbeitnehmer wieder die Möglichkeit, mit ihren Arbeitgebern auf Augenhöhe zu verhandeln. Emanzipationswerkzeug. Emanzipationswerkzeug.